Ich habe leider schlechte Nachrichten für euch. Ja Leute, es gibt leider wieder schlechte Nachrichten und zwar die YCS in Utrecht wurde abgesagt. Ja, wer hätte es erwartet? Naja, viele haben schon damit gerechnet, viele haben gar nicht erst gebucht bzw. schon bereits gecancelt ihre Sachen. Jetzt ist auf jeden Fall die Zeit, ihr könnt eure Hotels, ETCs wieder canceln. Eine YCS in Utrecht wird nicht stattfinden, aufgrund Corona halt. Warum das Ganze? Naja, das sind natürlich verschiedene Länder, wir leben natürlich jetzt hier in Deutschland, dort gibt es halt solche Regeln und in den Niederlanden gibt es halt eben solche Regeln. Ja, dementsprechend müssen wir uns natürlich auch ein bisschen dran halten und dort ist es halt einfach nicht möglich, so ein großes Event umzusetzen. Und dann müssen wir halt leben, das heißt YCS wird gecancelt. In Amerika wird vielleicht noch eine echte YCS stattfinden, aber auch das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber es sieht wahrscheinlicher aus als das hier auf jeden Fall, dass es stattfinden wird. Aber auch hier wird es extrem schwer halt für nicht Leute, die aus den USA kommen, dort teilzunehmen. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich. Aber Leute, ich mache natürlich nicht nur ein Video, wo ich sage, ey Leute, YCS findet nicht statt. Schönen Tag noch, das war es mit diesem Video. Nein, denn wir wollen mal ein bisschen drauf eingehen, was man so alternativ spielen kann. Denn ja, YCS findet halt nicht statt und vielleicht hat der eine oder andere ja schon Karten gekauft für sein Deck oder so. Und fragt sich jetzt, ja toll, was soll ich denn jetzt mit meinen Karten machen? Naja, zunächst einmal, ich weiß, dass diese Videos an sich immer große Beliebtheit haben, aber dennoch nicht so viele angucken. Finde ich ein bisschen komisch. Schreibt mal in die Kommentare, warum das eigentlich so ist. Irgendwie gefühlt alle beschweren sich darüber, es gibt keine Turniere, das nervt alles, ich will wieder Echtevents. Und wenn man dann ein Video dazu macht, dass wieder Echtevents stattfinden oder eben nicht, dann interessiert es keinen. Ist irgendwie komisch, aber was euch interessieren sollte, ist die Events, die stattdessen ihr spielen könnt. Denn Leute, ja, YCS würde ja am 21. stattfinden, würde ja bis zum 23. gehen. Ersten wohl bemerkt. Und es gibt da sozusagen Alternative-Event und zwar die Remote-Duel-Casual-Vaganza findet statt. Ja, das ist ein Event, was von DTV organisiert wird und eben auf Remote-Basis ist natürlich. Ein Echtevent wäre ja auch ein bisschen schwierig und dort findet das Ganze eben statt. Es gibt viele, viele Preise. Das Ganze wird auch sponsert bei Ultimate Guard, was ziemlich, ziemlich cool ist. Das heißt, da gibt es garantiert coole Preise, falls ihr dort teilnehmen wollt. Letztes Mal war das auch schon ein Riesen-Event, war riesengroß. Es gibt Judges, es gibt Teams, es wird gestreamt. Also es gibt genug Stuff zu diesem Event. Ich verlinke euch das unten mal in der Infobox. Allgemein alle Infos, die ich jetzt hier im Video sage, sind in der Infobox nochmal verlinkt. Dort kommt ihr halt zu den Discord-Servern. Das Ganze läuft natürlich über Discord. Sprich, ihr müsst euch, um dort teilzunehmen, eben bei Discord anmelden. Wie gesagt, packt ihr einfach mal unten in die Videobox. Und ja, die Remote-Duel-Casual-Vaganza ist eigentlich ziemlich nice. Hier war jetzt vom letzten Mal, es waren 134 Spieler dabei. Vielleicht wären es jetzt mehr, vielleicht weniger. Man weiß nicht. Aber über 100 Spieler ist auf jeden Fall schon ein großes Event. Und ihr seht hier, das war halt eben der Meta-Breakdown von letztem Mal. Ihr seht also, es wird auch noch aufbereitet. Und das hier war der Gewinner. Ihr seht, sieht schick aus. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Erster Platz letztes Mal, Virtual World. Mal sehen, was dieses Mal Remote-Duel-Casual-Vaganza gewinnen wird. Und ja, wer halt eben sagt, okay, dieses Wochenende von Utrecht habe ich jetzt Zeit, der kann einfach am Sonntag eben hier teilnehmen. Das Ganze halt natürlich im Remote. Will ich zu erwähnen, ist natürlich, dass es hier am 23.01. stattfindet. Also nicht wie eine normale YSS, die halt Freitag, Samstag, Sonntag stattfindet. Sondern halt natürlich hier jetzt nur am 23. Wie gesagt, alle Infos sonst auch auf dem Discord-Server verlinke ich euch natürlich. Des Weiteren gibt es noch ein Event, worauf ihr euch freuen könnt. Denn dieses wunderschöne Event TCG Remote Championship findet statt. Und zwar am 13.02. Nivska wird das Ganze mit organisieren. Verlinke ich euch natürlich auch alles wieder in die Infobox. Ihr seht, 13.02. ist halt das Event. Start ist um 10 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Natürlich auch bei der Extra-Vaganza. Muss ich hier nochmal erwähnen. Also bei der Casual-Vaganza. Entschuldigung, ich sage immer Extra-Vaganza. Ist schon irgendwie gewohnt. Und hier kann man halt sehr viel gewinnen. Der Preispool ist über 600 Euro. Was natürlich sehr nice ist, dafür, dass man kostenlos teilnehmen kann. Und der erste kann halt bis zu vier Displays gewinnen. Was ziemlich, ziemlich nice ist. Ja, das denke ich mal, sind zwei gute Alternativ-Remote-Events. Ich weiß, Remote ist nicht so beliebt an sich. Aber muss auch sagen, dass zum Beispiel jetzt hier bei der Remote Championship dürft ihr auch das Spiel aufnehmen. Wichtig, kein Ton und kein Bild. Kein Gesichterfilm. Also Ton auch nicht. Damit ihr Sheeten halt vorbeugen könnt. Sprich, das Sheeter-Level wird versucht zu reduzieren. Was auch sehr, sehr nice ist. Und dementsprechend super cooles Event. Wollt ihr einfach mal Werbung machen für diese zwei kleinen Events. Denn, ja Leute, wie gesagt, wir können auf der YCS eben nicht teilnehmen. Tja, müssen wir halt Ausweichevents nehmen. Nehmen wir einfach Remote-Duel-Events. Die haben sich in den letzten Jahren ja dann doch ein bisschen durchgesetzt. Ich denke mal, am Anfang war Remote-Duel so, ja okay. Aber irgendwie mit echten Karten ist halt doch immer cooler. Und jetzt haben wir eben zwei Alternativ-Events. Wollt ihr einfach mal drauf hinweisen. Ja, und das war es dann jetzt von meiner Seite aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr teilnehmen werdet. Oder ob ihr sagt, es ist eine coole Sache. Ich meine, es ist immer free Eintritt. Und dann einfach Preise kriegen. Ist schon sehr, sehr nice. Und sonst hat man einfach eine schöne Zeit. Wie gesagt, schreibt es auch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, das war es von mir. Und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.